So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Dieses Mal habe ich ein Promopack Hauptset 2021. Das ist jetzt noch nicht so alt und ich habe endlich mal so ein Promopack in die Hand bekommen. Die Händler hatten anscheinend ziemlich harte Probleme da dran zu kommen. Und deshalb wurde das auf meiner Plattform, auf der ich diese Dinger kaufe, immer wieder verschoben. Und bevor jetzt mein Laden keine mehr hat, bzw. bevor mein Laden keine bekommen, kann ich jetzt keine weiteren aufmachen. Deswegen habe ich jetzt eins mal online gekauft. Wir haben eine uralte Macht, ein grünes und x Hexerei, eine Kreatur kriegt plus x plus x zum Ende des Zuges und sie kämpft gegen eine Kreatur. Uh, du bist hübsch. Lano war Visionary. Dramana 2-2, wenn ein Spielfeld kommt, zieht ihr eine Karte, man erzeugt ein grünes. Und? Äh, 21-21 und hier aus Kaladesh. Okay, Dramana 2-2 Eile. Immer wenn eine Kreatur unter eurer Kontrolle stirbt, legt ihr hier eine Plus-1-1-Marke drauf. Man kann den eine Kreatur opfern, um dem eine Unzerstörbarkeitperson des Zuges zu geben. Genau. Wir haben hier jetzt den Arena-Code andersrum reingesetzt. Das heißt, wir kriegen wie immer ein Code, Stempelkarte, Promokarte, Stempelkarte, Standardkarte, Promokarte, Pioneerkarte, Arena-Code. Ich find's immer noch schade, dass hier keine Länder mehr drin sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Abluxet. Ciao, ciao.